also schauen wir mal bei jimmy vorbei ich glaube die einfachste variante wäre das hier mit den zwei indikas, also wo mir 16 indikas fehlen äh afghani meine ich und afghani wächst relativ schnell ist glaube ich sogar kostenlos und davon brauche ich dann circa zwei so gut dann brauche ich einen deal mit dem fürst des krauts den haben wir da da wäre hindukusch ganz praktisch habe ich hindukusch nicht sogar ausgepflanzt ja habe ich gut dann wollen wir gut das haben wir herb und bernie die brauchen ach guck mal die brauchen gar nichts geht auch so so ok und jetzt fehlt noch ein deal mit jimmy und für jimmy pflanze ich ja gerade an und dann kann ich auch gleich ähm kann ich das gleich erledigen ok mensch ich frag mich gerade wie lange der ich glaube die die letzte das letzte mal gießen dauert glaube ich auch so 10 minuten oder sowas nö hey geil dann werde ich dafür kein dünger verschwenden nein 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 so was braucht uch was braucht sie noch gleich genau sie braucht noch viermal also dreimal butter im endeffekt na komm das soll sie kriegen weil ähm ich hab die da noch nicht gesehen und ich weiß nicht wo ist denn das und ich weiß nicht wie lange die da noch steht hier wird echt was gebaut oh wow das ist ganz anders als das eine mal als ich einen joint probiert habe ich muss mehr von dem zeug mit nach hause nehmen wie ich sehe bist du ein anfänger was essbares anbelangt willst du mein rad fang mit wenig an und gehs langsam an wieso i fucking don't care oh hey jamie du bist noch da wie war das essbare absolut der hammer wenn du die cookies mochtest solltest du das hier versuchen uuuuuh marshmallows ja die will ich ihr geben unbedingt ach nicht marshmallows donuts jetzt hab ich jetzt muss ich mit den diamanten aufhören aber das war toll und mein gesicht hat sich noch besser angefühlt du redest ganz schön viel über dein gesicht es ist ein tolles gesicht wie auch immer kann ich eine größere lieferung bekommen ein weihnachtszaun ich habe noch ein paar andere produkte die gefallen könnten ach guck mal jetzt kommen wir zum bezahlbaren kran kiev oder kiff habe ich noch irgendwo northern lights eigentlich nö also was brauche ich dafür 8 northern lights für 2 das heißt für 4 brauche ich 16 northern lights ok ich brauche also ungefähr 3 pflanzen dafür ok komm dann ernten wir das hier mal ab und dann das so und dann kommt da northern lights rein da kommt auch northern lights rein da kommt auch northern lights rein da kommt auch northern lights rein ah wie viel dünger habe ich noch 47 northern lights ok 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 genau mit jimmy fehlt noch ein deal machen wir den hier den kann ich leider nicht abkürzen kacke kacke aber ach ich hab schon wieder gepennt aber ähm ne es geht voran ganz langsam kommen northern lights Kann ich hier irgendwas verticken? Nö, nicht wirklich. So, okay. Bisschen warm. Na? Platsch, Platsch. Okay, jetzt wird's langsam... ...lästig. Also, das Warten. Gut, das nehm ich natürlich gerne mit. Und dafür sollte ich jetzt produzieren Kiew. Ein drittes Mal kann ich auch produzieren. Ich beschleunige das aber nochmal. Hallo. So, ich will die Tante ja vollkommen wegknallen. Also, mit dem Zeug. Nein! Jetzt fehlt wieder Skunk. Ich kotze im Strahl. Komm her. Gut. Kann ich der jetzt... Na bitte. Zack, zack. Herzlichen Dank, Danny. Oh mein Gott, bist du nicht Jamie von der Band FAB42? Die K-Pop-Girl-Band Nr. 1 von 2017? Ich bin dein größter Fan. Ach, wie süß. Aber jetzt bin ich nur noch Jamie. Meine K-Pop-Tage liegen hinter mir. Darf ich ein Autogramm haben? Kannst du mir noch mehr Cookies besorgen? Wie wird man vom K-Pop-Star zum Reporter? Das ist eine lange Geschichte. Bei einem Snack erzähle ich sie dir. Acht Kuchen. Jamie, Jamie, Jamie. Du wirst doch fett davon. Ich würd gern wissen, was die da hinbauen. Aber irgendwie ist das ein Geheimnis. Ein scheinbar sehr gut gehütetes Geheimnis. Genau, Jimmy. Hey, Jimmy. Boy. Ach genau, das ist in Arbeit. Da müssen wir jetzt aber erstmal wieder warten. Wie sieht's aus? Kann ich mittlerweile wieder kassieren hier? Ne, das dauert auch noch eine Stunde. Wo ist denn hier das? Das hier ist das Bauamt, ne? Hier kann ich nur Wohnwagen und sowas kaufen. Kann ich noch irgendwas auf... Ach, die baut gerade noch. Die Sau. Aber wenn sie das nicht tun würde, könnte ich auch nicht wirklich was machen. Ja. Da, ähm, da sind wir jetzt gut vorangekommen dank der Unterstützung von Empire. An der Stelle nochmal danke dafür. Tschüss. Tschüss.